hallo und wieder herzlich willkommen zurück hier bei dödewischen und wieder mit dabei der onkel ja halli hallo hallöchen nur der onkel ja danke also nur der onkel und ich natürlich auch ja logisch weiter geht's ja wir sollen nach dieser tollen nachvertonung von gestern ja das doch der fehlerteufel beim aufnehmen eingeschlichen gestern bei der bei dem part und deswegen müsste ich die leider nachvertonen okay ich bin jetzt hier am arsch aufgeholt ich höre da vorne sind irgendwelche feinde oder was stellen wir hier ganz gekonnt mein mg mal so hier so hin ich hab doch jetzt eine neue waffe und die verzieht kumpel-kumpel-kumpel der ex-maschinengewehr ja die verziehen der überwärt was da besucht naja dank oder aus dem go kuschinski die kuschinski Ah cool Ja guck mal da oben Kusinski Ok da wechsel ich mal lieber die Waffe Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel Hui Na wo soll ich sehen? Die Fliegen sind meistens ziemlich gemein Ich seh den Der steht doch hier oben Ah da ist er Feinde nähern sich über die Leute Warte ich nehme meine Granate hin Jetzt kommen noch Feinde? Oh mein Gott Toll schmeiß Granaten auf mich Boah alter War das mit dem Arsch? Nee Der rennt sogar der Sack Alter Stör Erwischt Erwischt mit irgendwas Meine Mutti ist leer Ich geh krachen Ok den einen hab ich Oh der kommt zu mir Da hab ich nur noch einen Sniper Klasse Hallo 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 Oh ich hab früher einen Gas Tank an Ah ich hab einen Tank erwischt Und einen Sniper Was ist das für mich? Kann ja nur Snipern Wo ist der das? Wow Was war denn das? Ok das war der zweite Kleist dann Glaub ich Der hat aber nur noch genug Energie Der ist Sack Oh Wieder Feinde Uuuuhhhhhh Alter Ja Auf das mit dir Was? Wo? Nö Ja Was? Na komm zu mir Möschst du mich auch was machen? Ja ich brauch Muni Ich hab nur Sniper Ich hab sonst nix Mama Ja auch nur noch Ja gut Schon genug Aber Alter was schießt du nicht auf mich? Frag ich mich auch die ganze Zeit Neben dir Junge Neben dir Rechts neben dir Links neben dir Entschuldigung Wo ist der Sack? Hier ist Muni Gut Oh oh Ich hab kein Medi mehr Alter was schießt du nicht auf mich? Willst du mich verarschen? Ich bin im Arsch Ach da ist ja auch n Dicker Aber nicht so n Dicker Das ist n anderer Dicker Der ist anders dick Uiuiuiuiuiu Alter Fuck Oh hier ist ne Auffüllkiste Geil Alter ich werd gejagt Ich hab kein Medi Pack mehr Wo bist du? Nein Hier hinter mir ist ne Auffüllkiste Ich brauch ein Medi Pack Auffüllkiste Ist mir grad egal Da ist ein Medi Pack Ja bräuchte ich auch Hab ich Wär nicht verkehrt Oh Entschuldigung Bin wiederfall Mama 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 Ich fliege hier Scheiße Ach du Scheiße Wie komm ich jetzt da hin Wissen gar nicht Ah 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 Wissen den erstmal weglocken Ich hab keine Muni mehr Was an der Zweitwaffe Alter Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch Ja Ich geh stift Geh erstmal ganz nach hinten Ja na klar Jetzt gerade Ja natürlich Ich bin ja nicht bescheuert Und geh und lauf den in die Arme Boah Erstmal den anderen da wegrotzen Der geht mir grad tierisch auf den Piss Das hast du gerade erwischt Aber der andere der geht mich aber richtig auf den Sack Ich seh den Dicken gar nicht Der ist hinterm Pfeiler Ich seh den Energiebeinen Na jetzt sicher Alter Wo ist er? Wow der ist hier neben mir Okay hier ist er Boah der andere der läuft aber immer weg von mir Den anderen hab ich gleich Ja mach mal den anderen So der ist weg Der hat einfach nur genervt Uh Aua Fuckig Nicht verstecken, Idiot Warte bleibt da Alter ich bin vollkommen im Arsch Ja gesagt bleibt da Das hab ich so Alter hinter mir schießts Bin da Wo von da oben Oder was? Noch mehr Gelbe Was ist denn hier los? Ich brauche ein Medipack Ich bin tot Also nicht ganz tot aber Richtig schon Ja und der Dicke steckt ihn auch neben mir Klasse Macht sich grad ein gelbes Ei oder so Keine Ahnung Der schmeißt ja Granaten bis zum Gedehmeer Ja Der schmeißt ja Granaten bis zum Gedehmeer Granaten hat der Da ist Zino Gar nichts ab Minimal Ganz minimal Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn Renn weg, ich geh irgendwo hier hinter die Theke oder so. Oh, der ist genau hier. Ich bin ganz tot. Okay, flüchte am besten. Ach ne, ich muss mich aufheben. Kann ich nicht heilen. Oh, ach du. Das geht von hier aus nicht. Oh, Alter. Wo ist ich denn hin? So, wenn du dich sieht, bist du im Arsch. Nö, deswegen. he he he, scheiße. Ich bin hier gut in Deckung. Nicht mehr, der kommt rum. Oh, 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 oi, 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 oi. Ich will ihn erstmal hier wegloggen. Alter Schwede. Dass ich dahin kann und dir helfen können. Oh, cool. Okay, ich bin auf der Dicke gekommen, gerannt. Daran ich natürlich gesagt habe, dass er gerannt kommt, läuft er langsam, ist klar. Alter, was? Der hat mich überhaupt nicht getroffen, ich bin im Arsch. Naja. Der hat mich gar nicht getroffen. Oh, Mann. Scheiße. Okay. Aber wir hatten eine fast. Also, sag doch nicht schlecht aus. Wir waren gar nicht so schlecht. Ja, fast. Fast. Ja, bis auf die, wo die Gegner kamen. Ja, eben. That's, that's a problem. Ich stehe ja bist wieder die hier oben hin. Ich gebe mir jetzt mal meine Granaten auf. Oh, habe nur noch eine. Aha. Komm, geh kack. So. Alter. Nix weg. Nachladen. Ich treffe andauernd den Tanker. Ah, ja. Der ist weg. Da ist der Dicke. Uh, ha, hier brennt alles. So, du Sack. Boah, Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Klasse. Dicke. Hi. Uah. Ist denn hekt los? Hier, ist hier oben. Ich, ich, ich. Lauf doch mal. Ah. Komm, Mami. Kommt er hier. Hier, er kommt zu mir. Stopp doch. Huh. Ha. Haha, du siehst mich nicht. Oh, er sieht mich noch. Huh, das ist ein Gegner. Ja, ja. Ich bin gerade dabei, dieses Problem zu lösen. Der ist schon mal weg. Für den. Der ist auch weg. Toll. Pass auf, den Granat. Boah. Wir drehen denn Gasgranate. Okay, sein Ganister brennt. Gesicht. Ich stehe ja auf dem nächsten drauf. Ja, da steht ja fast vor mir, deswegen bin ich lieber mal weggegangen. Ja, ich habe nur eine Tränen-Gas-Ganade. Deshalb war erst mal ein bisschen geblendet. Ey, du Sackgesicht. Boah. Ich muss mal Munition erfüllen. Ich muss mal einen Dauerlauf machen. Aber nicht zu mir. Keine Ahnung, auf die andere Seite. Okay, also doch zu mir. Ja, weil der... ...kann so neben mir. Siehst du? Alter. Wer einen dran hat. Feinde nähern sich über die Reuters. Oh, ich habe keine... Kuschinski, du. Kuschinski, Luise. Der ist doch Kuschinski. Nee, Kuschinski. Was ist dasselbe. Aua. 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 Alter. Ja, da. Ach, da. Nein, du kannst dir so weit schießen. Wie darf der das? Schießt auf, schießt auf. Ja, da ist weg. Oh. Hey. Ah. Wieder kein Midi-Pack. Scheißen Dreck. Schießt hier auf mich. Von oben. Huh. Oh ja. Ich habe kein Midi-Pack mehr. Jetzt Midi-Pack-Arm. Bam. Wow. Ich muss weg. Der ist fast... Der ist fast im Arsch. Ja, nicht ganz. Ich komme. Oh, da ist er noch ein. Hier ist einer von den anderen. Bei mir. Alter. Da. Was weg. Oh. Heißer Typ. Heißer Typ, heißer Typ. Wortwörtlich. Wow. Genau bei mir. Haha. Ich schlaufe mal weg. Hey, Maria. Ach, ne. Koszynski. Luise. Josef. Hey, du Josef. Ja. Okay, ich bin jetzt hier. Scheiße drück. Ich muss Granaten. Uha. Versuchen wir von hinten rein zu gehen. Wir ziehen ab, wir ziehen ab, wir ziehen ab, wir ziehen ab. Wir haben seine Rüstung weg. Der ist gleich im Arsch, der Dicke. Der kriegt jetzt ordentlich einen auf den Sack. Ich hab ne Leistungsmord gekriegt. Ich hab ne Leistungsmord gekriegt. Ich hab Handschuhe bekommen. Ist ja wohl beschiss. Ich hab Handschuhe bekommen. Ey. Erste Hilfe, selbst wenn du? Na gut, ne bessere Pistole hab ich noch nie gekriegt. Ja gut. M9. Irgendwas. Na gut, ne gut. So, hier unter der Handschuhe, Rucksack. Rucksack ist schlechter. Nicht. Obwohl, stopp, der ist blau. Ja, ja, später. Ähm, MN, MN, ja, sonst nischt. Ja doch. Ja, würde ich sagen. Virus, Virusbericht haben wir noch nie gekriegt. Der hat zwar, der hat zwar Rüstung, weniger, aber der hat, ich sitze am. Wir haben jetzt ein Video im Virusbericht. Nur mal so. Keine Ahnung, ich bin jetzt gerade. Ja doch. Das ist auch unter Aufklärungsdaten. Das ist das erste Video jetzt verfügbar. So, okay. Ich liebe dich. Nein. Was? Was? Nichts. Alter, reicht es dir so? Das sah gerade aus, Alter. Du hast dich so umgedreht. Das hat einfach gepasst. Ich liebe dich. Alter. Ich muss hier weg. Das hat einfach gepasst, Alter. Ich glaube, dieses Infizierte hier tut er nicht gut. Das hat einfach so gepasst, Alter. Hast du Fieber, mein Junge? Nö. Aber verwirrt warst du trotzdem. Definitiv. So. Ja, wir haben die Mission geschafft, liebe Freunde. Muss ich das Video noch reinpfeifen? Welches Video? Unter Aufklärungsdaten. Ist ein Video verfügbar. Okay, dann gucken wir mal. Virusbericht. Warte mal. Aber noch nicht einklicken. Ich würde nämlich gleich sagen. Woher? Bin ich jetzt blöd? Ach, hier oben bist du ja hinten. Wo finde ich das? Ah, genau. Okay, liebe Freunde. Da würde ich sagen, den Part beenden wir auch gleich. Und dann ist das der Abschluss dieser Virusbericht. Da würde ich sagen, du kannst. Also machen wir jetzt Abschluss und dann kommt das Video. Genau, dann hau ich das Video noch mal hin. Ach so, ja gut. Dann würde ich sagen, bis morgen. Und in diesem Sinne, tschudelo. Tschüss. Die Proben des ursprünglichen Krankheitserregers, die wir von dem Geldschein genommen haben, der als Primärüberträger verwendet wurde, gewähren uns einen Einblick in das Basisgenom des Virus. Ich habe eindeutige Beweise dafür gefunden, dass es künstlich ist. Das Genmaterial von einem halben Dutzend anderer Erreger wurde auf das Pocken-Virus übertragen, um es noch tödlicher zu machen. Ich habe eindeutige Beweise für das Pocken-Virus für das Pocken-Virus für das Pocken-Virus für das Pocken-Virus. Ich habe eindeutige Beweise für das Pocken-Virus für das Pocken-Virus.